...und was haben wir gewettet? Wer? Das ist gut, aber sehr gut. Gina, komm jetzt! Komm, Gina! Jetzt halten Sie die Kamera in vier, vier Sekunden. Platz drei, Gina Bündelkämper. Platz 4, Katrin Schöne, L.G. Dursten, 25,16. Platz 5, Annika Bornemann, B.V. Teutonia-Lanztrop, in 85,38. Platz 6, Helik Boska, Eintracht Duisburg, 25,55. Platz 7, Albi Ateino, L.G. Remscheid, 25,76. Und Platz 8, Caroline Martin, L.G. Meckenheim, 25,79. Sekunden. Auf der Rundbahn geht es nun weiter. Mit den Zeitläufen 200 Meter der Frauen. Hier sehen wir im ersten Lauf Susanne Kühlmann-Schmitz, Eintracht Duisburg. Auf der Bahn 2. Bahn 3, Lea Niegert, TV Wattenschein 08. Auf der Bahn 4, Maike Holtkamp, L.G. Ulmer Dortmund. Auf der Bahn 4, Maike Holtkamp.